Sport ist gesund. Fussball macht nichts kaputt. Velo fahren macht impotent. Ist Sex dann gesund? Bicke ist ungesund. Bicke sind fröhlich. Biologisch essen ist gesund. Vitamine. Fröpp. Gemüse. Kaffee. Kainwein. Schlecht wird leberen. Ein Glasli ist gut fürs Herz. Sport ist gut fürs Herz. Sport ist morgen. Was ist eigentlich gesund? Gesundheit stellt viele Fragen. Wir von Helsana haben Antworten. Und sie eine Sorge weniger. Helsana. Eine Sorge weniger. Schlecht wird leberen.